Willkommen! Wir werden hier erklären, wieso eigentlich 0 Fakultät 1 ergibt. Und keine Sorge, es handelt sich hier nicht um einen Fallgemeinerter Nachweis, sondern um einen Zahlennachweis, was eigentlich für jede von euch relativ einfach nachzuvollziehen ist. In erster Reihe müsst ihr aber verstehen, was dieses Ausrufezeichen hinter einer Zahl bedeutet. Ausrufezeichen, was man auch als mathematische Fakultät bezeichnet. Und wie es dazu kam, dieses Ausrufezeichen zu benutzen. Dafür nehmen wir ein sehr einfaches Beispiel mit zwei Kugeln. Irgendwann mal in der Geschichte der Mathematik entstand das Bedürfnis, die Anzahl der Anordnungen für verschiedene Objekte irgendwie mathematisch festzuhalten. Und in diesem Fall sind unsere zwei Objekte diese zwei Kugeln, diese rote und diese schwarze Kugel. Und ich denke mir, dass jeder von euch gedanklich nachvollziehen kann, dass wir diese zwei Kugeln hintereinander auf genau zwei Arten und Weisen anordnen können. Also, damit meine ich, ihr könnt von der Reihenfolge entweder zuerst die rote und dann die schwarze Kugel haben, oder andersrum zuerst die schwarze und dann die rote Kugel haben. Die Frage, die sich jetzt stellt, wie kann man das mathematisch belegen? Naja, fereinfach kann man sich das Ganze so vorstellen. Wenn wir jetzt die rote Kugel als erste Kugel betrachten, die man in der Hand nimmt, dann kann man diese Kugel entweder an der ersten Stelle setzen, so wie hier abgebildet, oder an der zweiten Stelle. Also, kurz gesagt, hat man für die rote Kugel genau zwei Möglichkeiten. Nachdem man die rote Kugel schon, oder die Lage der roten Kugel schon festgelegt hat, gibt es nur noch die schwarze Kugel. Und weil die rote Kugel festgelegt ist, gibt es für die schwarze Kugel nur noch eine Möglichkeit. Deshalb findet man die Anzahl der Anordnungen, wie diese sehr einfache Rechnung, 2 mal 1. Gut, versuchen wir die Sache ein bisschen zu vertiefen, indem wir drei Kugeln nehmen. Also, wir gehen hier davon aus, dass die erste Kugel, die wir betrachten, die blaue Kugel ist. In diesem Fall habt ihr für die blaue Kugel drei Möglichkeiten. Sie können sie entweder an der ersten, an der zweiten und an der dritten Stelle positionieren. Deshalb, für die blaue kommt eine 3 hin. Wenn die Lage der blauen Kugel schon festgelegt ist, gibt es für die rote nur noch zwei Möglichkeiten. Deshalb hier entsprechend mal zwei. Und für die schwarze gibt es wieder nur noch eine Möglichkeit. Ja gut, klar, man könnte das auch ausrechnen, dann sind das insgesamt sechs Anordnungen. Und wenn wir das Ganze jetzt auf vier Kugeln beziehen, mit der gleichen Denkweise. Das heißt, für die weiße Kugel vorne haben wir entsprechend vier Möglichkeiten. Für die blaue dann drei Möglichkeiten. Für die rote zwei. Und für die schwarze eine Möglichkeit. Und mit der gleichen Denkweise könnte man dann auch die Anzahl der Anordnungen für fünf oder mehrere Kugeln herausfinden. Was für uns jetzt in diesem Fall noch interessant ist, ist die Anzahl der Anordnungen, und jetzt gehen wir ein bisschen zurück, für eine einzige Kugel. Und wenn wir eine einzige Kugel haben, ist natürlich die Anzahl der Anordnungen 1. Wir können sie nur auf eine Art und Weise darstellen. Okay, wenn die Anzahl der Kugeln sich in diesen Grenzen hält, wie hier abgebildet, ist alles noch überschaubar von den Zahlen. Aber stellt euch vor, ihr habt jetzt auf einmal 100 verschiedene Kugeln, die ihr anordnen müsst. Ja, das alles hinzuschreiben, also alle Zahlen zu multiplizieren von 1 bis 100, wäre ein bisschen viel Aufwand. Und weil Mathematiker grundsätzlich faul sind, wurde eine Schreibweise dafür erfunden. Und zwar diese Fakultätszeichen. Also, fangen wir oben an. 1 kann man auch hinschreiben als 1 Fakultät. 2 mal 1 ist dann 2 Fakultät. 3 mal 2 mal 1 sind dann 3 Fakultäte abgekürzt. Und 4 mal 3 mal 2 mal 1 sind dann natürlich 4 Fakultäte. Und wenn wir jetzt 100 verschiedene Kugeln hätten, könnten wir die Anzahl der Anordnungen auch mit 100 Fakultäte abkürzen. Und wir könnten jetzt auch diese Fakultäten ausrechnen. Also 1 Fakultät bedeutet, so wie es auf der linken Seite steht, eigentlich 1. 2 Fakultät, also 2 mal 1 sind natürlich 2. 3 Fakultät sind 6. Und 4 Fakultät wäre dann 24. Was uns aber wirklich an dieser Stelle interessiert, und darum geht es ja eigentlich hier, ist, was Nullfakultät ist. Um zu verstehen, was Nullfakultät ist, muss man die Zahlen auf der rechten Seite hier betrachten. Und zwar, was wir hier haben, ist mathematisch gesehen alle in Zahlenfolge. Und eine gut definierte Zahlenfolge folgt natürlich einem Muster, der auch vorwärts, aber auch rückwärts nachvollziehbar ist. In diesem Fall ist es einfacher, rückwärts diesem Muster nachzuvollziehen. Das heißt, rauszufinden, wie man von der 24 auf die 6 kommt, von der 6 auf die 2, von der 2 auf die 1 und so weiter. Also, kümmern wir uns erstmal von diesem Sprung von 24 auf die 6. Um von 24 auf die 6 zu kommen, müssen wir natürlich durch 4 teilen. Also, durch diese Zahl, die hier steht. Das können wir auch so andeuten. Also, wenn wir hier durch 4 teilen, dann haben wir die 6. Um von der 6 auf die 2 zu kommen, müssen wir natürlich durch diese Zahl hier teilen, also durch eine 3. Also, 6 geteilt durch 3 sind natürlich 2. Um von der 2 auf die 1 zu kommen, müssen wir natürlich durch die 2 hier teilen. Also, 2 geteilt durch 2 ist 1. Und jetzt, um auf das Ergebnis von 0 Fakultät zu kommen, müssen wir natürlich durch die Zahl teilen, die hier steht. Das ist eine 1. Und 1 geteilt durch 1 ergibt natürlich 1. Somit könnten wir auch nachvollziehen, was 0 Fakultät ist. Und wenn ihr euch jetzt fragt, was hat ja diese 0 Fakultät mit der Anzahl der Anordnungen an Kugeln zu tun? Die Antwort ist, äh, gar nichts. Das Problem ist nur, diese 0 Fakultät wird für viele Rechnungen den Zusammenhang, also in der Kombinatorik, benötigt. Und dort, wo uns die Vorstellungskraft verlässt, helfen uns mathematische Muster, die wir jetzt benutzt haben, um den Wert für diese 0 Fakultät rauszufinden. Übrigens, man könnte versuchen, das Ganze gedanklich auch weiterzuführen. Und damit meine ich zum Beispiel zu versuchen, Minusseins Fakultät auszurechnen. Das Ergebnis dazu kann man allerdings sehr einfach nachvollziehen mit der Anzahl der Anordnungen. Eine negative Anzahl von Anordnungen existiert nicht. Deshalb kann man auch nicht die Fakultät für negative Zahlen ausrechnen, nur für positive Zahlen und 0. Und noch eine kleine Bemerkung an dieser Stelle. Diese Anzahl der Anordnungen nennt man in der Mathematik auch Anzahl der Permutationen. Und wenn ihr neugierig seid und wissen wollt, was es genau auf sich hat mit dieser Permutationen, ein passendes Video dazu findet ihr gleich am Ende im Abspann. Und wenn euch das Video gefallen hat, ein Like, ein Nettes Kommentar oder sogar ein Abo kostet nichts. Und wenn es euch nicht gefallen hat, naja, dann könnt ihr diesen Kanal trotzdem abonnieren.